willkommen zu einer weiteren runde von carbon indianer mit dabei der lukang hd hallo und der lpmacher 200 lukang hd wo bist du ich höre ihn bloß nicht ja da sind wir so was bin ich denn hier ich bin einer von den jelpen ich bin indianer und ihr wer ist cowboy toll da musst du mich kennen habe ich lieber ab hier das muss ich erst mal sehen mich wurde schon angeschrieben ich wurde schon angeschrieben dass ich auch doppelt schnell laufen kann oder so hält eine taste gedrückt die habe ich glaube ich auf er habe ich die taste erst oder wie ich kann nicht mit er kann ich schnell laufen da habe ich deshalb passkabel eingestellt glaube ich kann sein und dann drücke ich die ganze zeit nach vorne läuft die ganze zeit schnell okay na komm her hier die rot auge wer ist das denn hier ich bin schon wieder tot das war klar nicht von mir nicht von mir ja guck doch mal hin von lp mache sowieso nicht der kann mich nicht kill der ist ja mein team nein so meine freunde hier müssen jetzt mal wo kommen die ganzen roten hier hier da steht einer den namen der holt lieber ab wer fängt mit l angeblich sowieso gleich da ist eine rakete was war das für eine rakete hier gibt es einmal ich weiß nicht ich bin 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 ich weiß nicht oh hier wer ist das sieht aus wie eine torsnel da hier ist der voll eine volle rüber gegeben ja auch wir männer können spielen die kommen schon wieder sind weiß ich nicht aber ich bin ich nicht doch 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 das war das war von lp mache eben auch mensch wieder tot ich weiß nicht so mein graf freunde jetzt komme ich ich drücke es mal die r taste damit ich hier renn wie schmerz katze ich renne einfach durch die leute jetzt durch jeden den ich treffe den haue ich jetzt um weil ich hole mir jetzt an roten ja der läuft schon weg hier ist es fällt schon runter selber schuld oder sind das schon die roten ich sehe sie schneiden so dann kommt man ja hier mein kopf freunde ja ja oder schon wieder so dass das ist ja schon leo kann bei was ist das denn da bin ich schon wieder gleich trug man kriegt ohren schmerzen tja lp mache eine schöne laute maus so jetzt mal gucken seid ihr noch leben ja und lp mache auch noch ja auch wenn wir gestorben sind dann leben wir doch wieder neu ist doch unsterblich soll das vielleicht mal eine ordentliche was meine maus ist denn das diese laut klickt klar die sind so laut und ich brauche doch mit dem finger ganz kurz antippen drücken runter aber wir haben ja noch mose dann kannst du doch kevin deine geben die alte diese farben maus da oder die brauchst du selber ich habe noch sagen wie pascal hat ich bin der neue leader okay so micro freunde ich bin der leader die achtet auf mich die sollen mich nicht umhauen die cowboys haben gewonnen okay da stand ich bin der neue leader und die haben schon gewonnen wieso das warum ja schade freunde das war eine ganz kurze runde aber nichtsdestotrotz ihr seht uns demnächst in einer riesen langen runde und dann sind wir wahrscheinlich noch nicht nur drei die im chat sind sondern zwei bis dann schau